voll und ganz ich bin überhaupt nicht von der sonne 2 abgeguckt überhaupt nicht ich gehe mal mit zu wurden so was kann ich mal namen mäßig machen jetzt fabian oder eben was gesagt ja wenn du jemanden wenn nasus bin nasus jemand das so einfach drauf und alles was begann ist einfach auf nase das habe ich fragen nein nein das manche nicht hat es entgegen gesagt mit einer kuh kann ich mein komplettes manner wieder machen wenn lukas mit enni wenn du mit der kuh mit den last hättest kriegst du es mal wieder und die hälfte der ablegzeit damit kannst du mit endlich das mit autotech hat jemand mein tippes gesehen scheiß drauf das weiß jeder das ist ein bär ist denn der ist bären stark also bei uns ist noch ihr habt ihr kommt bitte ja denn das ist verhandelt jetzt hier oben schon die kommt zu dritt schon wir haben jetzt schon alles verbraucht was wir an diesem zu dritt hier runter gekommen übelster ja da bin ich ja bin ich ja dabei ich habe keine mana das ist nicht gut ich kann keine spüre mehr werfen fabian was kann denn bitte das ist amigo fabian ich kann jetzt mittlerweile leute die haben einen reddorf geklaut ich habe mitte gewordet gehabt du hättest auch selber wurden können wie soll ich denn egal das körper jetzt aber wenn ich habe die mitte gewordet in nein ich rede von nens ist kommentar gerade wie soll ich mitte wurden wie soll ich der radius von nasus dingen ist so fett man ich habe problem sechs ist bei mir und ich werde wahrscheinlich drauf gehen ja dann ne er zieht ab er zieht ab er zieht ab aber jetzt kann der nasus fahren ja ich bin gerade dabei ich versuche es da hätte bräuchte ich jetzt ein sprach-schätzt war dass die mich fern wuhu schätzchen reicht das mit meinen neuen schuhen die ich gezockt habe ich bin wieder rein ich bin wieder rein was warum warum gehst du wieder rein warum gehst du denn weg ne ich sagte baby das heißt ich sterb trotzdem ich hätte jetzt noch ein das muss mir mal erklären dass bei dem kopf geht ja jeder der sich anguckt wird deckt was machst du da für die schweißen die frage ist warum gehst du denn immer weg wie warum gehst du weg ich stand da bereit ja aber du bist nicht reingegangen ja wie denn auch ja den haben wir gleich kommen denn sie ich bin überhaupt krieg abgebaut der ist im gebürsch und macht die stade kalt den hast du den hast du kommt immer weg das kann vergessen ja ich kriegst du kriegst und schön und die boten dessen nichts mehr beide sind noch da ist so lächerlich online sorry habe ich aber schön lukas lukas du bist gemutet ja das mikrofon selber oder so ich bin ansteckend jetzt hast du dich im dingensens gemutet im discord jetzt wieder entmutet dann funktioniert dein mikro nicht das ist schon gleich hallo aha hallo hallo ja da ist er wieder okay aber du hast ja die ganze zeit in der aufnahme ausgeschlagen da war immer wieder spannend ja ich höre euch ja auch und kann man die ganze zeit ist dieser balken ausgeschlagen was gesagt habe aber ich finde ich spielte mit der grad eben lukas läuft bisher ganz gut was erklärt vielleicht auch mein problem eben das was macht also sollte genau die macht die größer und stärker um ihn herum schaden alter alter ich habe eine hilfreiche information heute das ist ein draven ihr wisst schon dass du jungen ich hab noch nie gegen ihn spielt ich hab dich eben gefragt was er kann und ich hab von dir keine antwort bekommen und dann erwartet auch nicht dass ich perfekt gegen den spieler doch ich warte aber auch nicht dass du reinfielen junger was soll ich denn machen die letzte alle neuer fand ich ich hab mir tristan nicht reinfielen ich stehe nur 0 ja ja aber wenn du den gefahren lässt ist dass dasselbe jagen oder auch nicht mehr weg und nicht mehr mit jahr doch das ist ein tor ja gar nicht auf die mobs oder tor gleich übel rippt wer der brust uns es tut der brust uns um den tauren aua das ist jetzt die ulti von denen lukas kannst du mit tippers reingehen ja doch jetzt 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 der war nancy du überlebst das bis ich da bin ja also tippers war ein bisschen fail zurück 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 ja ich bin rein da tippers warum versucht ihr den tower da unten eins gegen drei zu halten leute was ist da los weil da gerade erst ein kurzer reingesprungen ist die vogel und nancy da nicht weg kommt wie sollt ihr das denn machen würde ich das machen wenn man es aus dem richtigen hinlaufen ja ich bin auch wieder digga viele tor nicht so rein mann ja ich bin auch rippen nein ich muss back ja viele doch nicht so rein farben ich lebe doch was für ein blöger kommentar den leuten muss selbst spielen ich bin glaube ich ripp boah der slow deiner nebenan aber ein turm hinter den vorderen turm stehender spiel dafür 72 farben neunte minute so soll es sein prüster ach ich mach's gut ja ja du und lukas machen grad gute arbeit botland ist diesmal unser problem aber die haben auch den draven die hat den drake gemacht ich will ja nichts sagen aber letzte runde sind wir über die bot einmarschieren ich sag dir doch ihr habt grad so einmarschieren ich sag dir doch ihr habt grad so einmarschieren das ist das problem in draven soll ich mal eigentlich irgendwo rein hoppen sonst ist meine ult ein bisschen nutzlos ja hopp hier in die mitte mal rein hopp oben in den ja hopp irgendwo rein ne mitte nicht mehr bleib hier denn ich muss halt Nasus irgendwie weil dann hopf doch jetzt hopp auf den direkt drauf kann ich das? nein ich kann nur auf Verbündete achso da sind doch Minions gerade Champions achso warte jetzt geh doch nicht weiter rein oh ne ich kann's überall hin machen lol jetzt bin ich gehandelt ich bin gehandelt ich bin irgendwie komisch markiert ich verstehe nicht warum du nicht auf Nancy gehört hast jetzt bin ich tot danke warum hast du nicht auf Nancy gehört Leon was für auf Nancy gehört soll ich dir was sagen als ich die gesehen hab bin ich direkt zurück gegangen Nancy hat aber von Anfang an gesagt push nicht so raus ich bin ja auch nicht gehandelt ich bin ja auch nicht push 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 ich hab gesagt geh nicht zu weit direkt von Anfang an man Tebas Hansi ich muss noch nicht so hinterher yeah Tebas ja beim nächsten Mal lass ich sie ja sterben dann werde ich ja verstehen ja ich bin nicht gestorben jetzt ist der Stein weil sie sich geopfert hat das halte sie aber nicht gebraucht jetzt auch direkt zurück ich bin tost sie ist aber dein Support man kapitel kapitel aber bin ich kapitel wenn ich kein Support brauche wie du bist auch die Kerri das ist mein Scheiß Job Alter aber komplett senseless gewesen das macht den doch wenigstens wie soll ich den denn machen Fabian mit der Kuh hab ich gemacht ich hab meine Kuh reingeworfen ich hab den auch getroffen ich hab keine Mana dann hat dir noch nen Autothek gereicht wenn der mich dabei tötet mit seiner Ulti Fabian komm lieber mal mit das ist besser das ist besser mhm sein Autothek macht um die 1000 Damage fast schon das ist nicht gut die sind zu dritt hier unten gell ich dachte eigentlich Nasus wird unser Problem ne der kam jetzt hier oben rum und farmt weil ich keine Mana hab momentan ja 49,50 flamen glaub ich immer noch ja dabei ist 108 und warte 2 Minuten jetzt reiße easy eines steht im Buschdorf nenn sie rein NEIN Raven ist nicht da der hat geohltet der hat geohltet ja dafür zwei andere egal ja egal ja egal e Psychos Nein Nein Ahi ich hab ihn erwisch oh oh Schade 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 und der halte sich jetzt wieder hoch wie wird meine Ruhe war doch schön sagt ich hab zwar gesagt schade 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 beschwingt und sie wird gg mit einer bus er ist auch da tristan hollol ja ich sehe nicht drauf geht nicht der plan aber wird schwer wenn er so groß ist und nicht verlangt schaust du schon naja sonst und irgendwo hinspringen ich hab mein ultrad nicht ja ok dann ist es eine andere hab ihn ein er läuft bei uns hier lass mich da wurde er zu fickrig der kleine alles klar halk chillt hier noch irgendwo rum ich hab hier ein Räven am Arsch und wird gleich tot das hier My Crown is the best hab ich ihn noch gekriegt ja ich hab ihn noch gekriegt ja sehr schön tot Junge wer kommt denn nicht raus haha bin tot tot Marie 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 die Mitte wird grad verloren die Mitte wird grad verloren die Mitte wird grad verloren ja Towers wird's down ich kann hier überall deinen Schuldi holen Lukas ja seitdem er der ult hat sterbe ich halt jetzt mach keinen Fall ab hat der ulti raus? ja I tried Fabian warum darf ich mit dem echt keine Mana Gegenstände kaufen? ich bin so die ganze Zeit ohne Mana du darfst ja Rekord Mana damit kaufen ich hab nie gesagt dass du dir damit kein Mana kaufen darf ja man soll ja nur das vorgeschlagene kaufen Me mi mi... Normale Gegner spielt's aber gegen Nasus als ob die Ultige da sks einmal reinfliegt wir haben Wort gesetzt bei uns mach mal jemanden Kill oder so ich will auch ein bisschen Geld ich steh hier für 20 Geld mal ein bisschen rum das ist ja wohl verkhaft wouldn't and count ok jetzt bin tot ja alles versucht RIP Ja ist verloren Ich hab nicht gepusht. Ich hab Leon gefragt, wo er hin will. Am Ort gewinnt. Ich hab gesagt, ich lass ihn beim nächsten Mal sterben. Ist mir wurscht. Ja, war ja richtig so. Teamplayster. Das war doch abgesprochen, Fabian. Wo ist das Problem? Ja, voll krass. Du machst einen Kill, dann bringst du wieder Gold und dann gehst du sterben. Das macht den halt das dreifache an Gold wieder. Fabian, ich komm. Oh, oder du fallst in der Reine. Wir sind zu zweit, ne? Mhm. Oh, da hast du mir talentiert ausgewichen. Ja, geh geh, zurück, raus. Komm, wir gehen ins Ball so unten. Alles außer Top-Loy. Ey, in der Mitte läuft. Der hat seine Ulti gezündet. Fabian, gehst du rein? Ja. Ah, ich weiß nicht ob das so gut ist, Lukas. Das ist nicht gut. Nein, nicht mit mir. Alter. Ich hab aber seine Ulti wieder. Wollte ich nur so sagen, wenn er einen damit tötet. Okay, die sind auch ein bisschen gefedert. Ändi brauchst du da gar nicht rein. Ändi brauchst du da gar nicht rein. Ändi hat doch nix. Ja. Dann bin ich Support. Mit Lukas Support? Ja. Aber ich weiß nicht ob ich heute eine Runde mach. Ach. Doch. Doch. Ich glaub nicht. Hm. Ich hab den voll Bock pengen zu destroy eigentlich. Alter! Ja, ne? Ist ganz nett was der kann, wa? Was habt ihr mit dem gemacht? Tristan, willst du eigentlich mal einen Teamfight fangen? Nice. Ähm. Jo, ich komm mal weg, ne? Ja. Ich mach nix mittlerweile ohne der Fabian. Ich hab doch gesagt, du hast bis jetzt gut gemacht. Ja. Okay. Schön und weh drunter. Ja. Der ist weg, der Junge. Schade. Feuer, 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 Feuer. Stein, 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 Stein. Feuer, 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 Feuer. Stein, 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 Stein. Hol'n dir Tristan, hol'n dir. Tristan, Ulte rein. Wir hol'n uns den, Tristan. Ulte. Der entkommt das. REIN! Oh oh. Oh oh, das wird nicht gut enden. Rein! Rein da! So soll es sein! Die hauen ab! Die haben Angst vor uns! Lass euch nicht schlafen, da kommt gleich einer von hinten hin. Ja, genau deswegen... Ich glaub hier... Da oben macht grad den Turm zu Ende, man. Nur weil ich jetzt reingeflogen bin. Nasus kann nicht stecken, der müsste mindestens doppeltischen haben. Schön gemacht richtig. Mhm. Ich konnte den Turm noch grade so verteidigen. Christian, ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Okay. Und rein. Okay, oder auch nicht, weil ich sehr verlangsamt bin. Lass' einfach ein bisschen hier stehen. Ähm, ich hab' den Gefiedeten hier. Ne, danke. Du würdest auch machen gehen. Ja, 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 ja. Äh, komm nach vorne hin und gegen gehen. Mit runter. Ich geh' durch den Jungle. Okay. Als ob! Mit einem Crit bin ich tot! Quasi. Das ist Draven. Ein Gefielter. Ah. Den Turm kriegen wir noch. Ähm. Außer... Und mit dem... Oh fuck, ich seh's. Da ist ein Jax. Er hätte jetzt auch mal den Tower durchziehen können. Okay. Raven ist... auf der Bot. Oh oh. Ihr solltet mal in die... Okay. Wir haben ein Problem. Feitet das. Ähm. Ja. Ja. Ja, ich bin auch... Ach, Mann. Das ist Werner mal nicht dabei. Ist dein Tvers? Äh, noch nicht gesetzt. Jetzt stehe ich 1 zu 1. 2 Millionen geholfen. Ja. Da ist mein Tvers. Ja, ist ja alleine. Was auch von hinten. Ja, ist ja alleine auf der Leben. Ist auch von hinten. Wollte Draven ist das. Den kann jemand bitte Draven aus der Spielzeugabteilung abholen? Vielen Dank. Bin tot. Der Hals hier war übrigens zu vieler. Alles klar!!! Ich werde spielen, der Junge. Ja, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja, 10-1. 1-1. Ah, 1-9. 10-73 gewonnen, so ist es nicht. Oh, oh. Pantheon! Bunz! So, jetzt rasieren wir die... Als ob da die O-Hit kommt. Tristan, Tristan. Tristan ist down. Wenn 3 Leute da sind. Ein, ein Hit down. Seht ihr doch. Schwung, kann man doch nicht. Komm, warum hat er gerne den Pentador? Ja. Oh, der Therese ist mir nüßt. Ich würde sagen, das war eine nicht erfolgreiche Folge. Äh, ja. Ja. Ja, so ein Runde schön gespielt, dann kriegt man jetzt auf die Fresse. Ist halt so ne. Ich habe ausgeglichen gespielt! Ja, du, ich habe auch gut gespielt, bis der Ult hat. Dann war vorbei. Bis ich wieder geredet habe. Das war der Fehler. Ach so, ja, klar. Tschööö. Bis auf Wiedersehen. Bis auf Wiedersehen. Vielen Dank.